In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man kompliziertere Exponentialgleichungen lösen kann. Und zwar bei den Beispielen handelt es sich um prüfungsähnliche Aufgaben auf Abitur- bzw. Fachabiturniveau. Natürlich ist es in erster Reihe wichtig zu wissen, welche Ansätze man zu lösen dieser Gleichung benötigt. Grundsätzlich gibt es nur zwei große Ansätze. Als erstes dieser sogenannte Satz vom Nullprodukt, meistens allerdings im Zusammenhang mit Ausklammern. Also man klammert zuerst aus und dann wendet man diesen Satz vom Nullprodukt an. Zweitens Substitution. Und in diesem Zusammenhang benötigt man bei der Substitution auch die ABC-Formel oder die sogenannte Mitternachtsformel. Also, das sind die zwei großen Ansätze, mit denen man praktisch alle Prüfungsaufgaben lösen kann. Ebenfalls wichtig für das Lösen von Exponentialgleichungen sind ein paar Eigenschaften der E-Funktion, die wir uns auf jeden Fall nochmal kurz anschauen sollten, bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen. Ich habe hier an dieser Stelle eine sehr einfache Exponentialgleichung gewählt. e hoch x ist gleich 2. Und zur Erinnerung, natürlich um die E-Funktion wegzubekommen, braucht man das sogenannte natürliche Logarithmus, abgekürzt ln. Denn, wenn man diese Gleichung logarithmiert, dann bleibt ja auf der linken Seite nur noch die Hochzahl übrig, also x. Und auf der rechten Seite natürlich ln2. ln2 war ja nichts anderes als eine Dezimalzahl, die man, wenn man einen Taschenrechner zur Verfügung hat, natürlich das auch ausrechnen kann. Wenn man das jetzt in den Taschenrechner eintippen würde, wäre das ungefähr 0,7. Okay, so weit, so gut. Jetzt versuchen wir, grafisch zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist mit dem Lösen dieser Gleichung. Dafür habe ich jetzt nochmal zur Erinnerung die E-Funktion abgebildet. Und wenn ihr euch ein bisschen genauer das Schaubild dieser natürlichen Exponentialfunktion anschaut, solltet ihr euch daran erinnern, dass die E-Funktion immer positiv ist, oder kurz gesagt, immer über die x-Achse liegt. So, jetzt zu unserer Gleichung. Also, einerseits haben wir auf der linken Seite die e hoch x-Funktion, auf der rechten Seite die 2. Wenn wir die 2 jetzt in diesem Schaubild darstellen, dann ist das diese waagerechte Gerade bei y gleich 2. Und was wir indirekt hier bestimmt haben, ist natürlich dieser Schnittpunkt hier zwischen diesen zwei Sachen. Ich glaube, ganz gut erkennbar. Und wenn wir diesen Schnittpunkt Richtung x-Achse nach unten verfolgen, dann kommen wir natürlich auch bei ungefähr 0,7 raus. Also, das bestätigt unsere Rechnung von vorher auch. Ich habe jetzt als nächstes ein sehr ähnliches Beispiel ausgewählt, und zwar e hoch x ist gleich minus 1. Okay, versuchen wir uns auch diese Gleichung in unserem Koordinatssystem vorzustellen. Also, e hoch x ist bereits abgebildet. Und minus 1 oder y gleich minus 1 wird dann die untere Gerade sein, die waagerechte. Allerdings gibt es hier ein kleines Problem. Wir sehen ja, die zwei Sachen werden sich ja nie treffen, weil die e-Funktion immer nur über die x-Achse liegt. Das bedeutet, in diesem Fall, muss man aufpassen, es gibt keine Lösung für diese Gleichung. Und genauso sieht es auch aus, wenn e hoch x gleich 0 ist. Wenn ich das jetzt eintrage, okay, das ist genau die x-Achse. Allerdings, auch wenn es nach links so aussieht, im Koordinatssystem, als würde die e-Funktion irgendwann mal die x-Achse berühren, beziehungsweise schneiden. Das wird eigentlich nie passieren. Sie nähert sich nur der x-Achse. Deshalb, auch in diesem Fall, gibt es keine Lösung. Und damit gar keine Zweifel mehr gibt, auch wenn wir die e hoch minus x-Funktion betrachten, hier mit rot abgebildet, auch die wird niemals im negativen Bereich liegen, beziehungsweise 0 sein. Deshalb, auch wenn wir jetzt eine gleiche in der Form haben, e hoch minus x ist gleich minus 1, gleiche Erkenntnis, es gibt keine Lösung. Und wir sind jetzt bei den Beispielaufgaben. Bei diesen ersten Beispielaufgaben werden wir als Lösungsansatz ausklammern oder Satz vom Nullprodukt oder ausklammern in Zusammenhang mit dem Satz vom Nullprodukt benutzen und ein bisschen versuchen zu erkennen, wann das überhaupt notwendig ist. Also, wenn wir die erste Beispielaufgabe ein bisschen genauer anschauen, dann solltet ihr euch in erster Reihe auffallen, dass ihr hier zwei Terme habt und beide dieser Terme die e-Funktion beinhalten, also dieses e hoch x. Aus diesem Grund ist es ganz günstig, wenn wir diese gemeinsame e hoch x nach vorne ziehen, vorne Klammer. Also man schreibt es so, e hoch x, Klammer auf. Wenn wir aus e hoch 2x ein e hoch x nach vorne ziehen, dann bleibt natürlich noch ein e hoch x da. Und bei dem hinteren Term, wenn wir das e hoch x wegnehmen, dann bleibt ja nur noch die minus 3 übrig. Somit haben wir dann das Ganze hier hinten gleich 0. Jetzt, letztendlich haben wir hier an dieser Stelle ein Produkt aus zwei Termen. Linke Seite ist dieses e hoch x, rechte Seite ist die Klammer mit der e hoch x minus 3 und das Ganze ergibt 0. Das bedeutet, wir können diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Das heißt, entweder könnte vielleicht die linke Seite 0 sein oder die rechte Seite 0 sein. Und diese zwei Möglichkeiten müssen wir jetzt überprüfen. Also, auf der linken Seite haben wir e hoch x gleich 0 stehen. Wir erinnern uns daran, wir haben es gerade vor 30 Sekunden erklärt. Eine Exponentialfunktion kann nicht 0 sein, die ist immer positiv. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Auf der rechten Seite sieht es schon ein bisschen besser aus, wenn wir noch ein bisschen umformen. Das heißt, die minus 3 mit plus 3 auf die andere Seite bringen. Da haben wir dann e hoch x gleich 3. Dann können wir Ruhe logarithmieren. 3 ist eine positive Zahl. Und als Lösung haben wir dann x ist gleich ln von 3. Und das ist unsere einzige Lösung dann. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Die schlechteste Idee, die man hier an dieser Stelle haben könnte, wäre die, die Klammer aufzulösen. Also, wenn ihr die Klammer hier auflöst, ist alles schon vorbei. Stattdessen sollte man erkennen, dass sich auch hier um ein Produkt zwischen zwei Termen handelt. Also, diese Klammer sind natürlich mit mal verknüpft. Und man könnte ja sofort diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Das heißt, direkt hinschreiben, einmal könnte x hoch 2 minus 9 gleich 0 sein. Oder alternativ e hoch x minus 1 könnte vielleicht 0 sein. Und natürlich jede Gleichung einzeln lösen. Auf der linken Seite bringen wir natürlich die 9 erstmal rüber mit plus 9. Dann haben wir x² ist gleich 9. Dann ziehen wir die Wurzel. Und nicht vergessen, beim Wurzelziehen in diesem Fall gibt es zwei Lösungen. Einmal eine positive, das wird natürlich die 3 sein. Und einmal eine negative Lösung. Also, wir haben bereits zwei Lösungen. Jetzt, auf der rechten Seite bringen wir natürlich zuerst die 1 rüber mit plus 1. Dann haben wir e hoch x ist gleich 1. Und dann können wir logarithmieren. Entsprechend haben wir dann x ist gleich ln von 1. Und eigentlich sind wir fast fertig. Allerdings, zur Erinnerung, Logarithmus bringt zwei besondere Werte mit sich. Ich werde sie jetzt kurz rechts einblenden. Einmal ln 1, das ist immer 0. Und einmal ln e, das ist immer 1. Es ist nicht schlecht mit der Zeit, wenn man sich diese zwei besondere Werte merkt. Und das heißt, wir können das noch ein bisschen schöner darstellen. Hier, unsere Lösung lautet dann einfach x3 ist 0. Und hier ist noch eine dritte Beispielaufgabe. Die sieht beim ersten Blick vielleicht noch ein bisschen seltsamer aus. Aber in erster Reihe, wieso könnten wir denn hier dieses Ausklammern bzw. das vom Notprodukt benutzen? Schauen wir uns die Themen ein bisschen genauer an. Man kann sie auch ein bisschen anders darstellen. Zum Beispiel dieses e hoch 2x kann man auch hinschreiben als e hoch x mal e hoch x. Also e hoch x mal e hoch x sind e hoch x plus x, also e hoch 2x. Und die hintere e-Funktion kann man entsprechend auch noch zerlegen. e hoch x mal e hoch 1. e hoch 1 ist natürlich e und das Ganze ist dann 0. Spätestens jetzt könnt ihr eigentlich ganz gut erkennen, dass beide Themen wieder ein e hoch x gemeinsam haben. Und das kann man erneut ausklammern. e hoch x, Klammer auf. Beim ersten Term bleibt dann noch ein e hoch x. Und bei dem hinteren Term einfach nur dieses e hoch 1 oder e. Und jetzt haben wir wieder unser Produkt hier und können erneut den Satz vom Nullprodukt anwenden. Also, erste Möglichkeit ist e hoch x sollte 0 sein. Das geht natürlich nicht, also bringt keine Lösung mit sich. Die zweite Möglichkeit sieht dann so aus. e hoch x minus e soll 0 sein. Und das können wir natürlich noch ein bisschen umformen. Erstmal plus e, dann haben wir e hoch x ist gleich e. Und dann können wir auch endlich logarithmieren. Dann haben wir x ist gleich ln von e. Und zur Erinnerung, wenn ihr nochmal rechts schaut, ln e war auch ein besonderer Wert des Logarithmus. Und zwar 1. Also x ist gleich 1 ist unsere Lösung. Allerdings gibt es bei dieser Aufgabe noch einen weiteren Lösungsweg. Und den will ich euch nicht vorenthalten. Wer weiß, vielleicht gefällt euch sogar ein bisschen mehr. Statt dieser ganzen Ausklammergeschichte könnte man hier ausnahmsweise auch noch was anderes Sinnvolles machen. Wir haben nun diese zwei e-Funktionen. Das bedeutet, wir könnten die rechte Funktion von der linken Seite erstmal rüberbringen mit plus e hoch x plus 1. Und weil ausnahmsweise auf beide Seiten so schön sich nur die e-Funktionen befinden, kann man sie gleich logarithmieren. Das heißt, wir logarithmieren die Gleichung und auf der linken Seite bleibt nur noch 2x und auf der rechten Seite haben wir dann entsprechend noch x plus 1. So, diese Gleichung ist natürlich sehr einfach zu lösen. Wir bringen einfach nur dieses x rüber mit minus x. Dann haben wir 2x minus 1x sind x ist gleich 1. Ja, ich weiß, das geht ja auch viel, viel schneller und viel, viel einfacher. Allerdings ist das nicht immer anwendbar. Also bei so einer Gleichung, wie bei der ersten Beispielaufgabe, würde das zu einer sehr unangenehmen Sache führen, wo man auch weitere Logarithmusregeln anwenden muss, die 3 hier stört. Also es ging nur so gut, weil die e-Funktionen sozusagen sauber waren. Nachdem wir bei den letzten drei Beispielaufgaben diesen Satz vom Nullprodukt angewandt haben, ist es natürlich Zeit, uns noch ein paar Beispielaufgaben mit Substitutionen anzuschauen. Also, ich habe hier oben Substitutionen bzw. ABC- oder Mitternachtsformel hingeschrieben. Zur Erinnerung, diese ABC-Formel oder Mitternachtsformel sieht wie folgt aus, sollte jedem von euch schon bekannt sein. Gut, was ist der erste Grund, wieso wir eigentlich überhaupt hier Substitutionen brauchen? Naja, versuchen wir es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn wir jetzt hier versuchen würden, was auszuklammern, ginge das nicht. Wir haben drei Terme und die drei Terme haben absolut nichts gemeinsam, also kein e hoch x, dass es sinnvoll ausgeklammert werden kann. Deswegen verlangt diese Gleichung dann Substitution. Zur Erinnerung, substituieren bedeutet ersetzen. Wir ersetzen was Kompliziertes durch was Einfaches. Und zwar, was uns stört, ist natürlich das e hoch x. Deshalb, üblicherweise, ersetzt man sozusagen dieses e hoch x, diesen mittler Term hier, mit einer Buchstabe. Üblicherweise u, aber man kann eigentlich alles mögliche nehmen. Auch z oder was anderes ist erlaubt. Und wenn e hoch x u ist, dann wird aus der e hoch 2x automatisch ein u Quadrat oder ein u hoch 2. Dadurch kriegen wir eine völlig neue Gleichung raus und die lautet dann u hoch 2 minus 3u plus 2 ist gleich 0. Und das ist jetzt eine quadratische Gleichung und die kann man natürlich mit dieser Formel hier rechts problemlos lösen. Und das machen wir jetzt auch. Also, wir brauchen dieses a, b und c. a ist natürlich die Zahl vor dem u hoch 2 und das ist eine unsichtbare 1 hier. Und dann b ist minus 3 und c sind 2. Also, setzen wir ein und bestimmen sozusagen unser u 1, 2. Wir haben erstmal minus b. Minus minus 3 ergibt wieder plus 3. Plus minus Wurzel aus b Quadrat. Minus 3 ins Quadrat ist das gleiche wie 3 ins Quadrat oder gleich 9. Minus 4 mal 1 mal 2. Und das Ganze geteilt durch 2a. In diesem Fall ist es 2 mal 1. Gut, das fassen wir noch ein bisschen zusammen. Heißt 3 plus minus. Das ist natürlich immer günstig, wenn man unter der Wurzel anfängt. 3 hoch 2 sind 9. Und 4 mal 2 sind 8. 9 minus 8 sind 1. Und Wurzel aus 1 ist natürlich ebenfalls 1. 2 mal 1 sind 2. Somit haben wir jetzt zwei Lösungen. U1 ist 3 plus 1 sind 4 durch 2 sind 2. Und U2 sind dann 3 minus 1 sind 2 durch 2 sind natürlich 1. Allerdings sind wir noch nicht fertig. Wir haben zwar Lösungen raus, aber das sind die Lösungen für die substituierte Gleichung. Was wir suchen natürlich sind die Lösungen für die Anfangsgleichung. Also müssen wir wieder auf unser x kommen. Aus diesem Grund, nach jeder Substitution folgt natürlich eine Re- oder Rücksubstitution. Deute ich auch hier kurz an. Also ich schreibe einfach mal abgekürzt Ressubst für Ressubstitution. Und um das Ganze zu resubstituieren, muss man natürlich auf seine Substitution schauen. Das ist die hier. e hoch x ist gleich u. Das heißt, wir haben jetzt Werte für u rausbekommen. Einmal diese 2 und diese 1. Die müssen wir da oben einsetzen. Entsprechend nach x jeweils umformen. Also die erste Gleichung lautet dann e hoch x ist gleich 2. Die kann man problemlos logarithmieren. Und dann haben wir als erste Lösung x1 ist gleich ln von 2. Und die zweite Möglichkeit ist mit der 1. Also wir setzen oben unsere Substitution die 1 ein. Entsprechend haben wir dann e hoch x ist gleich 1. Das kann man auch problemlos logarithmieren. Und somit x ist gleich ln von 1. Ihr erinnert euch, das ist ein besonderer Wert des Logarithmus. Und zwar lautet dann die zweite Lösung x2 ist 0. Also wir haben zwei Lösungen. x1 ln 2 und x2 ist gleich 0. Es kann allerdings auch noch ein bisschen schlimmer werden mit diesen Substitutionsaufgaben. Und zwar es kann sein, dass die Gleichung noch nicht in die saubere Form dargestellt ist, so dass man gleich substituieren kann. Wie zum Beispiel hier. Was euch hier als erstes stören sollte, ist natürlich dieser Bruch. Also wir haben einen Nenner. Und damit wir die Gleichung irgendwann mal lösen können auf einfache Weise, muss natürlich in erster Reihe dieser Nenner verschwinden. Deshalb multiplizieren wir einfach die ganze Gleichung mit dieses e hoch x. Übrigens über den Definitionsbereich muss ich euch hier keine Sorgen machen. e hoch x kann ja nicht 0 sein. Deshalb existiert diese Gleichung immer sozusagen. Und wenn wir die ganze Gleichung mal e hoch x nehmen, dann sieht unsere Gleichung wie folgt aus. Wir haben dann beim ersten Term e hoch 2x. Beim zweiten Term kürze ich dieses e hoch x mit dem unteren e hoch x weg. Und dann bleibt ja nur noch minus 15 übrig. Und hinten haben wir dann natürlich minus 2 e hoch x. Ist gleich 0. Dann kann man zum Beispiel im nächsten Schritt noch ein bisschen die Potenzen hier ordnen, damit alles ein bisschen schöner aussieht und übersichtlicher. Also immer schön nach der höchsten Potenz die Gleichung ordnen. Spätestens jetzt erkennt ihr, okay, vom Aufbau nichts Neues mehr. Es verlangt wieder dieses Substitutionsverfahren. Das ziehen wir auch schnell durch. Also übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das einigermaßen verstanden habt, ihr könnt auch ruhig auf Pause drücken und am Ende mit meinen Ergebnissen vergleichen. Also wir haben da eine quadratische Gleichung. u² minus 2u minus 15 sind gleich 0. Dann nehme ich wieder diese ABC- oder Mieternachsformel. u12 ist dann gleich minus 2 sind plus 2. plus minus Wurzel aus 2 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 15. So, und das Ganze dann durch 2 mal 1 sind natürlich 2. Dann fassen wir das Ganze zusammen. Unter der Wurzel habe ich einmal 4 und einmal minus mal minus sind plus. 4 mal 15 sind 60, also 64. Wurzel aus 64 sind natürlich 8. Und damit haben wir jetzt für u1 2 plus 8 durch 2. Also 10 durch 2 sind 5. Und u2 wäre dann entsprechend 2 minus 8. Das sind natürlich minus 6 durch 2, das sind minus 3. Dann käme wieder diese Resubstitution. Also, wir setzen einfach diese Werte für u, die wir rausbekommen haben, oben unserer Substitution ein. Erste Möglichkeit, die entsteht, lautet e hoch x ist gleich 5. 5 ist eine positive Zahl, also darf man problemlos logarithmieren. Somit haben wir auch die Lösung. x ist gleich ln von 5. Zweite Möglichkeit wäre dann entsprechend e hoch x ist gleich minus 3. Und die e-Funktion kann niemals negativ sein, deshalb bringt das keine Lösung in sich. Also wir haben hier an dieser Stelle nur eine Lösung, die lautet x gleich ln von 5. An dieser Stelle noch eine kleine Bemerkung. Diese Gleichung, die wir links gerade gelöst haben, kann man auch ein bisschen anders darstellen. Und zwar wie folgt. Also wenn ihr die zwei Gleichungen vergleicht, dann sollte euch auffallen, nur hier gibt es einen Unterschied. Wenn man genau die zwei Gleichungen anschaut, dann merkt man, okay, der Nenner von der ersten Gleichung wurde einfach nach oben den Zähler gezogen. Dadurch kriegt er natürlich negativen Exponenten. So, auch in diesem Fall ist es natürlich wichtig, zuerst wieder alles sauber zu bekommen. Am besten alles nur mit positiver Hochzahlen. Deshalb, genauso wie links, wird auch hier mal e hoch x genommen. Und dann haben wir e hoch x mal e hoch x und e hoch 2x. Dann e hoch minus x mal e hoch x, zur Erinnerung, ich werde es hier kurz ein bisschen ausführlicher machen, ist das gleiche wie e hoch x plus minus x. Also x minus x ist e hoch 0 und irgendwas hoch 0 ist immer 1. Deshalb bleibt da nur noch minus 15 mal 1 stehen, was wiederum natürlich minus 15 ist. Und hinten minus 2 mal e hoch x. Spätestens jetzt haben wir wieder die gleiche Gleichung wie links. Und wie das weitergeht, wisst ihr natürlich. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Neben Beispielaufgaben mit Basis e, so wie hier in diesem Tutorial, gibt es natürlich auch allgemeine Exponentialgleichungen mit verschiedenen Basen. Beispielsweise wie hier abgebildet mit der Basis 2. Dann natürlich sind auch noch die Eigenschaften der E-Funktion sehr wichtig. Auch weitere Eigenschaften, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben, wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung, sowie Ableitung, Stammfunktion bilden. Natürlich kann man Gleichung lösen, auch im Zusammenhang mit Extrempunkten oder Wendepunkten benutzen. Außer Exponentialgleichungen gibt es noch eine andere Art von Gleichungen, die sehr wichtig sind für die Abiturprüfung, und zwar trigonometrische Gleichungen. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.